Hey zusammen, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution Boah, ist der Titel lang, ey, ist ja übertrieben Kein Wunder, dass der nicht ganz oben in den Titel reinpasst, der Titel-Titel-Zaption So, vorab, ich bedanke mich erstmal bei denjenigen, die die letzten acht, neun, acht Parts fleißig bewertet haben Es steht immer noch nicht fest, ob das Projekt jetzt weitergeführt wird oder nicht Das hier ist jetzt gerade noch ein kleiner Filler Denn, äh, ich hab für 18 Uhr gerade nix Und deswegen wird jetzt erstmal noch ein bisschen, ja, produziert Und dann kommt's erstmal ein bisschen unregelmäßiger alle zwei Tage Und dann entscheide ich letztendlich, ob's dann wirklich auch komplett weitergeführt wird Was heißt komplett? Kann sein, dass dann jemand stoppt, weil er zu lange dauert, das weiß ich nicht Da hab ich keine Ahnung Ich hab jetzt auch noch nicht alle Kommentare gelesen, zumal noch nicht alle Parts on sind Ein bisschen was weiß ich jetzt, unter anderem eben, dass ich mich bei irgendwem einschleimen muss Damit ich ganz, ganz viele, äh, Sympathiepunkte bei dem bekomme Um den dann mit ins, äh, Duell reinziehen zu können Duell, ja, okay, ist eigentlich richtig Ähm, mit ins Turnier So heißt das, das heißt Turnier Denn in 90 Tagen ist er hier ein Turnier und Da brauch ich dann einen Partner für Und dementsprechend werde ich mir dann jetzt demnächst irgendwie einen aussuchen Ich weiß nur nicht wen, weil in gewisser Weise muss es ja kompatibel sein mit meinem Deck Wenn ich jetzt einfach hingehe und hier den Hauptcharakter des, der Scheiß-Serie nehme Dann, äh, ja, keine Ahnung Ist er nachher zu, zu behindert und mein Deck passt nicht zu ihm Verstehe da Du siehst, er fährt dich aus Los, Mann, jetzt komm mal langsam auf Touren Ah, was willst du mit mir machen? Ich will gar nicht mit dir reden, hat mal die Fresse, ey Ihr habt euch ganz gut unterhalten Okay, it's time to duel Einige, genau, einige meinten, dass, äh Ich eventuell Diese Animation wieder anwerfen soll Dass der eben seine Karte zieht Seine Karte Majestätisch hinwirft und schreit Ah, tut das weh Und dementsprechend Bin ich jetzt extrem unkreativ Ich hab mir das, das ist mir gerade eingefallen Und die Idee ist echt so dumm Aber sie erfüllt ihren Zweck Ich werde jetzt, äh, ein bisschen weiter runter In der Beschreibung, nicht ganz oben Einfach mal Hä? Ach, mein Controller ist aus Deswegen geht's nicht Einfach mal zwei Links hinpacken Da steht dann wahrscheinlich Link 1, Link 2 Und der erste Link, also Je nachdem welchen Link ihr anklickt Entscheidet ihr Votet ihr Dafür Ob die Animationen an sein sollen Oder eben nicht Wenn ihr nicht wisst Über welche Animation ich hier rede Einfach mal den ersten oder zweiten Part Oder so anklicken Das sieht man da ständig im Duell Da drücke ich auch permanent eigentlich weg Ähm So, Wolkenkratzer Er hat ja so einen Scheiß Äh Wie heißen die nochmal? Elementarhellendeck Genau, deswegen hatte ich auch eigentlich immer Angst vor dem Das ist echt kritisch bei dem Äh Verteidigungsmodus So, und wie ich das Ganze Ich kann's mal kurz erklären Wie ich das Ganze dann auswerten werde Denn die beiden Links werden zu meinem Kanal führen Und das könnte einige bestimmt verwirren Das sind zwei verschiedene Google Links Und ich sehe wie oft welcher Link angeklickt wurde Und der Link, der öfter angeklickt wird Der hat dann eben gewonnen Das ist wirklich ganz simpel Der Gegner hat den Kampf Möchte ich das? Ne, will ich gar nicht, ey Lass mir meine Ruhe J, J, den Yuki LP Okay Nächster Spieler Oh, was ist das? Ich kenn Muss ich echt gestehen Ich hab schon wieder vergessen Was ich hier für ein Deck hab Denn die letzte Aufnahme war die erste Aufnahme Und die erste Aufnahme ist schon wieder acht Jahre her Er munter, dass du dieser Achso, das was einen stärkt Und dann wieder verschwächt Verschwächt Schwächt halt Ähm Oh, okay Okay, das kann ich nutzen Wenn er immer Tolle tat Oh, damit kann ich Ich aktiviere Kosten ver... Weiß auf der Zunge Kosten verringern Oh, ich muss die Karte dafür ablegen Oh, ups Ja, ne Oh, shit Oh Okay, nehm ich das Tschüss Beschwören Für die, die es nicht gerallt haben Die Karte Die Karte, die ich gerade Benutzt habe Ist halt dazu da Damit man Das kann ich mal kurz legen Damit die Kosten sich verringern Und ich kein Vieh opfern muss Geil, oder? Ist doch nicht sexy Äh, greift man den an Angriff Angriff Oh, da hatte einer in den Kommentaren auch noch eine echt nette Idee Was ist das? Batman Zeichen, wat? Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn ein Monster auf deiner Spielfeldseite als Ergebnis Eines Kampfes Zerstört und auf den Friedhof gelegt wurde Wird Beschwörer als Spezialbeschwörung Ein Monster Och, nö Stufe 4 oder niedriger Okay Worauf wollte ich hinaus? Achso Da hat einer in den Kommentaren eine gute Idee Und zwar könnte ich den Crawler, heißt er, glaube ich Die, die Schwurte Der, der blonde Vieh Dem ich den Adolf Barth im ersten Part aufgemalt hatte Als Tumpnall Als Vorschaubild Das gesehen hat Äh, dass ich den Schwul rede, wenn er normal spricht Und wenn er wütend erscheint Halt wie Adolf Das ist, denke ich, eine recht hübsche Kombination Dann haben wir einen schwulen Adolf Oder einen schizophrenen Adolf Weil Einerseits ist er dann schwul Und einerseits ist er Adolf Das geht nicht beides zusammen, ne Will er ein Monster vom Typ Krieger Der Fügel ist deinem Geg Was? Kannst nicht Mal, jetzt ist der Controller wieder aus Äh Äh, ne komm Ist okay, nein Nein Was? Wieso greift er an? Hä? Hab ich gerade irgendwas verpennt? Zeige es deinem Gegner und füge es deine Hand hinzu Ne, das ist es schon mal nicht Habt er denn da noch was? Ah Falls seine ATK niedriger sind Als die ATK des Steals Des Angriffs Erhöhe die ATK des Angreifenden Und das ist um 1000 Alter Also hat er gerade 2600 Wenn ich jetzt das aktiviere Wird er schwächer Und er ist tot Hoffe ich zumindest Was? Huh Wie viel Pech kann man haben? Ey, ich hab mich gerade wü- Alter Alter Wer es nicht gerallt hat Ich hoffe mal, ich hab's jetzt richtig verstanden Alter, ist das Widerlich Habt ihr das gesehen? Ich komm nicht drauf, klar Der Typ Hatte 1600 ATK Ja Hat dann durch diese Karte Bei der Schadensbrechung 1000 dazubekommen Also 2600 Meins hatte 2400 Und durch meine Karte Hat ihm die Chance Seine Angriffspunkte zu verringern Und was mach ich? Ich Ich Würfe genau ne 1 Oh shit Nein 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 Und dementsprechend Wurde es nur um 100 verringert Warte mal Das kann ich aber annullieren, oder? Ne Annulliert nicht Das haben wir mittlerweile gelernt Warte mal Ich mach trotzdem mal Ja Das wird nicht annulliert Ne Das müsste ja dann drinstehen Das habt ihr ja geschrieben Oder ist das falsch? Scheiße Die wirkt als erstes, hä? Warte mal Was ist denn das da unten nochmal? Was war das? Ah, okay Geht nicht Schön Hä? Achso Ja Danke Vielen Dank Für die Blumen Oh Gott Ey Was für ein Scheiß Äh Ich will nichts sagen Aber das Könnte Minimal wehtun Ja klar Deck alles auf Ist okay Jaden Aua Ah Ah Aua Aua Alter krass, ey Wenn ich jetzt nichts ziehe Wenn ich jetzt kein Verteidigungsmonster mit 2000 Death oder so ziehe Dann ist es vorbei Oh, oder war Boku Okay Ey, sag euch Leute Das Herz der Karten ist so auf meiner Seite Das globt da gar nicht Trotzdem Wenn ich jetzt nichts ziehe Was dem irgendwie entgegenwirkt Hab ich nun einen Zug gespart Oder verschwendet Wie auch immer So Er kann Nicht mehr angreifen Alter Oh Gott Yeah Das bringt mir richtig viel Ich bin trotzdem tot Oh nein Achso Ich muss erstmal eine Karte wegwerfen Oh Mann Oh Mano Ich glaube Das war's 2,7 Ja klar Geht jetzt in den Angriffsmodus Ich bin tot Fuck this Shirt Jetzt ist die Frage Ist das schlimm Eigentlich könnte ich ja auch laden, oder? Soll ich laden? Ey, da wäre es echt optimal Einfach mal ein Livestream zu haben Wo man nachfragen kann Ob ihr das auch so seht wie ich Du verlierst Weil was habe ich jetzt Durch den Verlust Bekommen Ein paar Punkte glaube ich Trotzdem, oder? Ja, zwar Okay, darauf kann ich auch scheißen Aber Ich glaube es wäre schon toller Wenn man einfach echt hingeht Und Sollen wir das machen? Ich mach das Ich meine Das hat ja sonst keinen Vorteil Oder Nachteil Einfach nur Dass die Statistik eben toller ist Wo man als der unbestrittene Duellant durch die Welt sieht Das war nett Lass uns das mal wieder machen Boah, du Wichser Ey, jetzt lacht er mich hier aus Der Knecht Okay Ich lade mal kurz Kleinen Moment So Willkommen zum Part Jetzt sind wir wieder genau da Wo wir angefangen haben Oh, ein Kalender Das ist so süß Ja Wollen wir einfach nochmal dahin? Ich weiß nicht Ich Ähm Habe auch gelesen Dass man einen Duolanten bis zu Zehnmal glaube ich Besiegen muss Damit man alle Seine Karten bekommen kann Und Ich hab Ehrlich gesagt Keinen Bock In der Aufnahme Zehnmal Oder neunmal Jetzt noch Diesen scheiß Enzo LP Zu besiegen Enzo LP Jetzt sag ich das sogar schon Enzo zu besiegen Denn der Hält ja schon Ein bisschen viel aus Ne? Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt Gegen wen ich kämpfen soll Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben Nur es sollte jetzt kein Tierisch krasser OP Gegner sein Das Äh Natürlich nicht Und Im nächsten Part Am Anfang Werde ich nochmal ansprechen Äh Was Was die Partlänge angeht An uns Jetzt nicht mehr Weil jetzt schon viele Abgeschaltet haben Deswegen Wartet einfach bis zum nächsten Mal Dafür gibt's da die Playlist Äh Nutzt ihr die überhaupt? Würde mich mal interessieren Also ich persönlich Wenn ich jetzt Ivo Netzplay gucke Und er hat keine Playlist verlinkt Im Video selber Äh Beziehungsweise Allgemein Ivo nix Groß verlinkt Jetzt Zu dem nächsten Video Dann weiß ich Also ich meine Ich weiß schon wie ich's finde Aber ich muss erst mal Voll suchen Das ist nicht immer Rechts in den Vorschlägen Deswegen Das ist Äh Das sollte man schon nutzen Donner des Hairshares Oh Okay Haben wir schon mal ne Defense Oh das ist auch schön Da warten wir aber noch mit Wir Oh ne kann ich gar nicht setzen Oh das könnte ich machen Warte mal Kann ich das nicht irgendwie Weil ich Ich will unbedingt Karten haben Ähm Die man abwerfen kann Also so Wegwerfkarten Die dann auch eventuell Einen Effekt haben Wenn man die abwirft Das wäre geil Weil dann sind Gibt's da nicht Irgendwelche Kombis Weil dann sind solche Karten Kombinationen hier Nicht Keine Keine Verschwendung Weil Hier für das muss ich ja Hat der gerade Polymolioli gezogen Für diese Karte Muss ich ja eine Karte Wegwerfen Es gibt doch auch Monster Wo einfach nur steht Wenn das auf dem Friedhof Gelegt wird Kriegst du was Dafür brauche ich ja keine Also muss ich das Dann nicht spielen Oder Oh Okay Ich greife einfach mal an So geweeft Bin ich einfach mal Gehen wir in den Umgriffsmildes Den Umgriffsmildes Ja Es ist tot I kill it We fire Du bist dran Jaden Yuki Was ist das wieder für Achso Okay Die Karte kommt mir Minimal bekannt vor Hat der genau diese Selben Karten wieder gezogen Was ist los Ach Riesentronade Nice Jetzt könnte ich ihn So richtig hart In den Ficken Äh Ja Aber ob es sich da lohnen Ist halt die Frage Ne Das ist halt immer die Frage Warte mal Ich mach mal Ne Ich mach erstmal so Riesentronade Oh Tja Alles weg Zack Äh Verringern wir die Kosten Indem wir diese Scheiße Hier wegwerfen Ich denk bei der Karte Man Noahs Arche Ist echt schlimm Beschwammer den Oh yeah Und Mit dem Neuen Angers Modus Und das ist eine nette Kombi Glaube ich Die Da bin ich jetzt gerade Zum ersten Mal drauf gekommen Ich bin ja Überintelligent Wisst ihr ja Zack Ich erhöhe seinen Angriff Warum Weil sein Angriff Scheißegal ist Deswegen Ich kann gleich einfach Wenn der An Angriff verliert Den wieder zurück in Verteidigung packen Und schon Kann ich mir ein Eis packen Denn das ist ja schon eine Karte Also diese Verstärkung Ist ja eigentlich In gewisser Weise Ein sehr starker Debuff Also die Karte wird ja schon danach Sehr stark entwertet Was jetzt nicht so schön ist Für mich Ne So Aber ich würde sagen Das war mit dem Part Wenn ihr mehr sehen wollt Besucht den Kanal Ansonsten wäre es natürlich nett Wenn ihr auch diesen Part Überwerten könntet Bis zum nächsten Mal Tschüss ihr Knechte Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Not Teil 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 ORGRO Date Teil Bis zum nächsten Mal.